So, da war es Zeit und heute, ich würde mal sagen, wir machen diesen wunderschönen Bingo Zettel voll und kümmern uns mal um das wunderschöne Themenfeld KI, Künstliche Intelligenz, AI. Zumindest im Teilbereich. Um von vorne direkt mal aufzuräumen. Nein, keine Künstliche Intelligenz. Die meisten Sachen, die wir heute haben, das sind eher irgendwelche Algorithmen, aber Intelligenz ist wohl eher noch weit entfernt. Nun gut, worum es heute gehen soll, das ist Künstliche Intelligenz im Sinne von neuronalen Netzen zur Bilderzeugung. Eventuell habt ihr die Bilder schon mal online gesehen. Es gibt da verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Dali. Das sind so wunderschöne Webseiten, da kann man dann keine Ahnung eingeben. Hier Cat Holding Soldering Iron. Drückt auf Enter und kurz drauf sollte dann hier ein Bild kommen von dem, was man beschrieben hat. Zum Beispiel halt sowas. So, jetzt würde ich nicht empfehlen, den Lötkolben da festzuhalten, aber ihr seht, worauf das hinausläuft. So, Modelle, die haben auch ihren Weg woanders hingeschafft. Zum Beispiel, Dali arbeitet mit Microsoft zusammen. Das heißt also, wenn man bei Bing tatsächlich mal unterwegs ist, gibt es auch das hier, kann man sagen. Generate an image of a dog soldering. Und auch hier kommen dann ähnliche Sachen raus. Zumindest theoretisch. Okay. Geht aktuell nicht, due to Heidi Matt. Und das ist halt auch genau der Punkt. Egal, ob man das Ganze jetzt als separate Webseite hat oder integriert in irgendwelche fertigen Systeme, wie eben Bing oder Bart von Google oder was auch immer. Es sind die Systeme anderer Leute, die er da nutzt. Und man hat häufig nicht wirklich viel Einfluss drauf. Es sei denn, man macht das Ganze selber. Und darum soll es dann heute gehen. Und zwar um den Bereich Stable Diffusion. Stable Diffusion, das ist so ein Text-to-Image-Modell, heißt es hier so schön. Das heißt also, eine Software, die mit anderen Bildern trainiert wurde und dadurch in Anführungszeichen gelernt hat, wie man aus Texten Bilder generiert. Der große Unterschied ist, naja, Stable Diffusion, das ist Open Source. Das heißt also, das Ganze steht unter einer freien Lizenz. Wir sehen hier Creative ML, Open Rail, verschiedenste Sachen. Und man kann das Ganze selber aufsetzen. Die Ursprünge, die liegen bei der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Ist also ein Universitätsprojekt gewesen. Inzwischen aber auch viele andere Helfer, die da mit dabei sind. Einziger Wermutstropfen. Man muss schon ein bisschen was an Hardware dahinter haben. Also hier steht ja auch, man möchte eine Grafikkarte mit mindestens 8 GB an V-RAM. Aktuelle Grafikkarten haben sowas. Allerdings, wenn ihr halt nur eine Onboard-Grafikkarte habt, gibt das nichts. Es gibt da ein paar Sachen, die man machen könnte. Zum Beispiel gibt es manche Cloud-Dienste, wie zum Beispiel Google Call-Up. Da kann man aktuell sogar kostenlos sich kurzzeitig Systeme mit einer relativ dicken Grafikkarte mieten. Kann da mal mit rumspielen. Aber ist dann wieder System anderer Menschen. Da werde ich aber auch nicht weiter drauf eingehen, sondern werde euch mal zeigen, wie man mit relativ wenig Aufwand ein System mit diesem Stable Diffusion aufsetzen kann. Was es da so für Sachen gibt, die man machen kann und wo man so drauf achten muss. Also, setzen wir Stable Diffusion auf? Ich glaube, wir lassen es lieber aufsetzen. Denn ehrlich gesagt, ist es in den seltensten Fällen notwendig, wirklich alles von Null zu machen, sondern man kann halt auf die Arbeit anderer Leute aufbauen. In dem Fall hier die Stable Diffusion Web UI von Automatic 4 mal die 1, 1111, wie auch immer man es aussprechen möchte. Das ist ein fertiges System mit Gradio dahinter. Das ist so ein Web-Interface halt, was alles Nötige mitbringt, um zu starten. Das heißt also, man muss nur hier das Ding einmal fertig einrichten, hat ein fertiges System und muss nicht den ganzen Weg per Hand gehen und verschiedenste Projekte einzeln installieren. Man hat halt hier ein fertiges Paket. Wenn wir unten gucken, sehen wir auch die ganzen Features. Die können wir jetzt erstmal ignorieren. Wichtiger ist hier unten dieser Bereich, wie man das Ganze installiert. Wichtig, wie gesagt, man muss eine Grafikkarte haben. Nvidia wird empfohlen. AMD geht auch relativ gut. Es geht teilweise auch mit Intel Grafikkarten im Sinne von Onboard-Sachen. Allerdings muss man da ein bisschen rumtricksen. Im Zweifelsfall, hier sind die entsprechenden Links ja, wie das Ganze funktioniert. Alternativ, ich habe ja schon gesagt, Google Colab und so kann man es online machen. Für Windows relativ simple Sache. Man lädt die Datei runter, klickt die Update, äh, nicht PHP, Bud und die Run Bud und dann ist das Ganze drin. Muss natürlich aufpassen, dass man die Grafikkartentreiber und so aktuell hat, aber so. Das ist so der einfachste Weg. Klappt aber nur für Nvidia-Karten. Wenn man keine Nvidia hat, muss man dann das Ganze über Git machen. Auch nicht wirklich schwer. Für uns aber relevanter. Wir wollen das Ganze natürlich auf Linux machen, denn da hat man ein bisschen mehr Freiheiten. Also gucken wir hier den Abschnitt. Zuerst braucht man die Vorbedingungen. Das Ganze basiert auf Python, also wenn man Python haben. Außerdem Git und WGET. Sehen für Debian, also Debian und Ubuntu und alles, was da hinten dran hängt. Red Hat basierte Systeme oder Arch basierte Systeme, bekommen wir hier direkt den fertigen Befehl. Den können wir so eins zu eins rauskopieren, einmal ausführen und dann hat man die Sachen installiert. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ein System ohne Python und WGET und Git habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also sind meistens Dinge, die man bereits hat. Was dann hier empfohlen wird, das ist sicherheitstechnisch bedenklich, aber heute Standard. Nämlich, ja, wie heißt es so schön umgangssprachlich? Curlpipe Bash. In dem Fall hier WGET und PerHunt Bash. Aber ja, im Prinzip lädt man eine fertige Skriptdatei runter und führt die blind aus. Sollte man vielleicht nicht auf seinem Hauptsystem machen. Das heißt also besser irgendetwas benutzen, wo keine wichtigen Daten drüber laufen. Zum Zeitpunkt des Videos ist das Skript sauber, aber es kann sich halt jederzeit ändern. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich bin jetzt hier auf dem Host drauf, auf dem ich das machen möchte. Habe mir schon mal einen Unterordner gemacht, dass das Ganze dann auch an der richtigen Stelle ist. Und wenn wir gucken, der Unterordner ist leer, da ist aktuell nichts drin. Wichtig an der Stelle noch, ich sagte ja eben schon, man braucht einen relativ starken Rechner. Das heißt also üblicherweise, dass man starke CPU und GPU haben möchte. Was man aber auch haben möchte, das ist ein bisschen Plattenplatz. Wenn wir hier gucken, ich habe jetzt hier noch 700 Gig frei. Das geht. Also zwischen 50 und 100 Gigabyte kann das durchaus mal groß werden, wenn man da ein bisschen mit rumspielt. Minimum würde ich sagen so 15, 20 Gigabyte. Man sollte also ein bisschen Platz noch übrig haben. Gut, führen wir mal aus, was die wollen. Nämlich erst mal das WGET. Das lädt jetzt hier diese eine Datei runter. Die können wir uns natürlich auch angucken, was die alles macht. Was sind das hier? 255 Zeilen. Und naja, was das Ding halt macht, ist im Endeffekt weitere Dinge runterladen. Wenn wir hier mal runtergucken, dann kommt wahrscheinlich irgendwann Git-Clone und so weiter. Repository already cloned. Er lädt im Prinzip also Dinge runter, wie zum Beispiel das Git-Repository Torch, TorchVision. Das sind so Python-Libraries, um eben mit Grafikkarten rumzuhantieren. Gibt viele Checks. Zum Beispiel, wenn ihr eine RX 5000 habt, darf euer Python nicht zu neu sein. Wenn das doch der Fall ist, sagt er euch Bescheid. Ist also eine Menge Zeug drin, um Fehler möglichst früh schon mal zu erkennen und zu sagen, hier, Moment mal, da ist ein Problem. Wie gesagt, lädt Dinge aus dem Internet nach und führt sie aus. Alles nicht so dolle, aber wenn man halt ein System hat, auf den man spielen kann, nenne ich es mal, dann sollte das funktionieren. Im Übrigen, äh, gerade zur, äh, äh, Dings, das hier, das System, das hat eine Nvidia, äh, 3060, 12 Gigabyte an VRAM, also, äh, nicht das kleinste, aber selbst die kommen teilweise halt schon an ihre Grenzen. Na gut, dann würde ich sagen, wir starten das einfach mal blind, weil YOLO. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Wichtig, ähm, muss man natürlich gucken, dass man nicht als gut startet und solche Späße. Das Ganze macht ein virtuelles Environment, also euer System sollte ganz bleiben, aber wie gesagt, fremder Code und so. Wie wir unten sehen können, teilweise sind die Sachen auch ein bisschen größer. Ich habe ja eben schon gesagt, man möchte Speicherplatz haben. Hier zum Beispiel diese Torch Library alleine. Die hat schon 2,3 Gigabyte und da haben wir noch nichts anderes installiert. Das ist wirklich nur, dass man, äh, nichts sehen kann. Ah, sorry. Okay, dann kann man zumindest ein bisschen was sehen. Äh, ja, 2,3 Gigabyte, wie gesagt, nur die Library, um die Grafikkarten anzusteuern und solchen Kram zu machen. Und da kommt noch eine Menge dazu. Wir können am Ende ja gucken, wie viel Platz es dann wirklich braucht in der Grundinstallation, aber, ne, man möchte auf jeden Fall Platz haben. Gut. Warten wir mal eine Runde. deutsches Internet und so. Und nach einiger Zeit sollte das Ganze hier so aussehen. Ja, äh, er ist jetzt fertig. Das Skript wurde nicht beendet, also hier ist nichts mehr weiter da, aber er hat etwas Wichtiges gemacht und zwar Running on Local URL. Das Ding hat jetzt einen Webserver aufgemacht, auf dem wir entsprechend uns verbinden können und Dinge benutzen können. Zumindest grundlegend. Wir können jetzt auch noch mal gerade hier reingucken. Wie groß ist das Ganze jetzt? Das sind knapp 10 Gigabyte, die wir jetzt für die Grundinstallation benötigt haben. Gut. Theoretisch müsste er jetzt laufen. Also mal wieder zurück zum Browser. Und dann rufen wir doch mal die URL auf, die wir gesagt bekommen haben. Und das Ganze sieht dann hier so aus. Das ist unser Webinterface, um entsprechend hier Stable Diffusion spielen zu können. Und im Prinzip sind wir hier auch schon auf der wichtigsten Seite, nämlich Text-to-Image. Das ist nämlich der Standard. Wir haben auch schon ein fertiges Modell. Das ist hier oben das. Version 1.5 Pruned und so weiter. Auf den Pfeil klicken, sonst gibt es auch nichts zur Auswahl. Diese Modelle, die kommen uns noch später entgegen, wenn wir nämlich Dinge machen wollen. Aber prinzipiell, wir können jetzt hier reingehen, können einen positiven und einen negativen Prompt sagen. Also Dinge, die wir haben wollen, Dinge, die wir nicht haben wollen. Wir wollen zum Beispiel a grid with images of nine animals. Aber wir wollen nicht dog oder cat. Okay. Machen wir jetzt mal einfach hier generate. Sehen wir hier waiting. Sehen links. Und jetzt wird hier was generiert. Und zack, da haben wir unser Bild. Und ja, gut. Ich kann die Tiere jetzt nicht erkennen, aber es sind offensichtlich Tiere. Und das sind auch nicht neun, oder? Ey, wir sehen also, das Ding gönnt sich ein paar künstlerische Freiheiten. Aber prinzipiell kommen da Sachen raus, auch die man sehen kann. Also, wenn wir hier sagen, old man sitting on a bench in the park with dog, dann sollte zumindest etwas grob in die richtige Richtung rauskommen. Und tada, da haben wir was. So, was wir aber auch haben, sind jede Menge Sachen, die wir einstellen können. Ich würde sagen, ich fange jetzt erst mal mit denen an, die wir hier direkt auf der Seite haben. Die oberen beiden haben wir ja schon. Also gehen wir mal hier unten weiter. Das hier ist die Sampling-Methode. Das kann man sich so als, ja, wie kreativ sollst du sein, äh, verstehen. Standardmäßig ist DPM++2M Caras bei der aktuellen Version eingestellt. Das ist ein recht guter. Allerdings ist er teilweise ein bisschen langsam. Es gibt jede Menge andere. Der einzige, den ich häufiger benutze, das ist Euler A. Der ist, ähm, nicht ganz so genau. Allerdings, wie hier auch schon dabei steht, sehr kreativ und vor allen Dingen sehr schnell. Das ist der große Vorteil von Euler A. Das nächste sind die Sampling-Steps. Das ist im Prinzip, wie oft soll der versuchen, das Richtige da rauszubekommen. Was man da holen soll, ist insbesondere von der Sampling-Methode abhängig. In den meisten Fällen ist so 15 bis 20 das, was man nutzen möchte. Mehr gibt die Chance, dass mehr Details reinkommen, aber es geht auch irgendwann im Zweifelsfall kaputt. Und vor allen Dingen, je höher man die Zahl macht, desto weniger wird noch verbessert. Das heißt also, man hat eine deutlich längere Bearbeitungszeit, ohne dass man im Zweifelsfall einen wirklichen Benefit davon hat und wirklich irgendwas davon hat. Der Hi-Res Fix, der sorgt dafür, dass das Bild größer wird. Der ist standardmäßig auf 2 eingestellt. Das heißt, hier unten sehen wir eine Höhe, eine Breite. 512 mal 512. Bei 2 wird jedes Bild, was hier rauspurzelt, erst mal 1024 mal 1024. Das ist gut, wenn man mal schnell ein Bild generieren möchte. Wenn man ein bisschen tiefer reingehen möchte, kann man den im Zweifelsfall hier auf 1 stellen, also quasi ausschalten. Kann schon mal helfen. Auch kann es helfen, hier auf andere zu gehen. Latent ist der Standard. Die RS Regan 4X Plus und so weiter, die können auch schon mal ganz gute Ergebnisse liefern, wo man dann ein bisschen mehr Details bekommt. Nächstes Feld hier wäre der Refiner. Was man da machen kann, ist hier oben dieses Modell mittendrin wechseln. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir wollen Modell 1 bis 0,8 und dann würde er auf das zweite Modell wechseln. Aktuell uninteressant. Wir haben ja bisher nur eins. Also lassen wir das entsprechend. Wobei, Modell ist der falsche Name. Es heißt ja offiziell Checkpoint. Aber wie gesagt, da kommen wir später noch zu. Jetzt hatten wir eben die Größe ja schon angesprochen. 512 mal 512. Und ja, wer gute Bilder will, der macht das natürlich auf Maximum. Nein, macht er bitte nicht. Die meisten Modelle funktionieren ganz gut mit 512 mal 512. Eventuell noch Zahlen hoch bis 7, 6, 8. Man kann ein bisschen hingehen, kann Größe, Breite variieren, je nachdem, was man haben möchte. Aber größer sollte man nicht gehen. Da gehen die Modelle in den meisten Fällen eher kaputt. Das bringt da nichts mehr. Was man auch machen kann, ist Batch Count und Batch Size. Batch Size heißt, wie viel er in einem Versuch an Bildern generieren soll. Standardmäßig haben wir jetzt nur eins. Wenn wir es hochstellen, macht er mehr. Batch Count ist quasi dasselbe, aber er beginnt neu nachzudenken. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Batch Size ist im Zweifelsfall ein bisschen schneller, braucht aber mehr RAM auf eurer Grafikkarte. Batch Count braucht weniger RAM auf der Grafikkarte, dauert dafür länger. Des Nächste ist dann CFG Scale. Das ist im Prinzip ein Regler, der besagt, wie sehr soll sich der Bildgenerator an eurer Beschreibung halten. Je tiefer man das setzt, desto weniger hält er sich da dran. Wenn wir jetzt hier mal Old Man Sitting on Bench und so weiter eingeben, dann sehen wir, ja gut, er nimmt sich jetzt sehr viel kreative Freiheit raus. Wenn wir es hoch machen, dann hält er sich extrem da dran, was wir schreiben. Das heißt aber auch, naja, ich habe geschrieben in den Park, da steht nicht, dass da Bäume sein sollen. Also ja, das geht dann auch im Zweifelsfall sehr kaputt. Und ja, der Standardwert war ja, glaube ich, 7, wenn ich eben richtig gesehen habe. Der ist in den meisten Fällen okay und liefert dann ganz brauchbare Ergebnisse. Last but not least, was für uns noch relevant ist, ist der sogenannte Seed. Das ist im Prinzip der Wert, der dafür sorgt, was am Ende für ein Bild rauskommt. Standardmäßig Minus 1, das heißt, wir haben einen Zufallsgenerator, der der KI sagt, okay, probier es mal damit. So eine KI, die arbeitet nämlich nach dem Motto, okay, ich hole Rauschen und versuche das Rauschen dann so weit hin und her zu schieben, dass etwas rauskommt, was der Beschreibung hier oben entspricht. Und hiermit stellen wir quasi das Rauschen ein. Aktuell, wie gesagt, Minus 1 ist zufällig. Wenn ich jetzt Generate hier klicke nochmal, kommt ein anderer Seed. Entsprechend ist das Bild anders. Wenn ich jetzt aber hier sage, ich möchte unbedingt den Seed 42 haben, dann kriege ich das Bild für den Seed 42. Irgendwie fehlt mir jetzt hier der Hund, aber das ist das, was rauskommt. Wenn ich die 42 jetzt lasse und nochmal generiere, dann kommt genau dasselbe Bild raus, weil 42, der Seed ist also der gleiche. Standardmäßig, wie gesagt, Minus 1 kann man auch so lassen, wenn man halt rumprobieren möchte. Jetzt haben wir eben immer wieder hier diesen Checkpoint oder den Modell gehört, das Modell gehört. Das ist im Prinzip, wie dieser Bildgenerator trainiert wurde. Stable Diffusion Version 1.5, das ist so mehr oder weniger der Klassiker. Es gibt aber inzwischen auch neuere. Zum Beispiel gibt es inzwischen Stable Diffusion XXL, was relativ beliebt ist. Da bekommt man genauere Ergebnisse oder eben auch Checkpoints, die auf spezielle Stile generiert sind oder auf spezielle Aufgaben, die man haben will. Und eine relativ gute Quelle dafür, das wäre zum Beispiel Civid AI. Das ist eine Webseite, die eben solche Modelle hostet. Irgendwann noch lädt. Sehen wir jetzt hier die ganzen Sachen, die es gibt. Hier haben wir zum Beispiel einen SDXL Workflow. Lass mal gerade gucken. Wir wollen jetzt nur mal Modelle. Und Highest Rated. Genau. Sieht doch schon ganz gut aus. Hier sehen wir jetzt schon. Hier gibt es dann welche, die sind eher so künstlerisch angelegt, Fabelwesen. Es gibt welche, die sind sehr auch fotorealistisch ausgelegt. Es gibt welche, die mehr so in Richtung Anime gehen. Im Prinzip kann man jetzt hier sich auswählen, was also ungefähr dem Stil entspricht, den man haben möchte und kann die laden. Also mit einem Stern. Teilweise sind diese Modelle extrem trainiert auf sehr große Bilddatenbanken. Und das führt dann auch dazu, dass man entsprechend sehr viel RAM benötigt auf seiner Grafikkarte. Muss man halt aufpassen, was man denn damit macht. Und dass am Ende dann nicht der Speicher wirklich ausgeht. So, und ich würde sagen, wir holen jetzt mal hier zum Beispiel den Epic Realism. Der sieht relativ gut aus. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir auch schon, okay, es gibt hier einen Download. Das sind mal wieder zwei Gigabyte. Ich sagte ja schon, so Modelle, die sind im Zweifelsfall groß. Zwei Gigabyte ist noch ein eher überschaubares Datensatz. Was man hier jetzt noch sehen kann, ist, das Ganze basiert auf dem Modell SD15. Das ist das, was wir eben benutzt haben. Ist also quasi eine Weiterentwicklung, die speziell jetzt für das, was das Modell hier leisten soll, trainiert wurde. Und wir können das jetzt hier runterladen. Und das Ganze muss hier in unseren Ordner. Wenn wir jetzt hier reingucken, wo wir die Datei eben hatten, ist ein Unterordner entstanden. Stable Diffusion Web UI. Da liegt der ganze Kram drin, den wir gerade benutzen. Und was wir suchen, das ist der Ordner Models. Und hier drin der Ordner Stable Diffusion. Hier liegt aktuell unsere V1, Pruned und so weiter. Die Safe Tensors Datei sind das. Das ist das Modell, was wir gerade benutzt haben. Und wenn wir jetzt hier mal versuchen, die andere zu laden. Mal gucken, ob das geht. Oder ob ich es per Hand schieben muss. Ne, sieht gut aus. Der lädt jetzt hier die 2 GB runter. Und dann können wir das gleich auch benutzen. Wie wir hier gesehen haben, es gibt sehr viele. Das hier war jetzt nach Highest Rated. Im Prinzip kann man sich am Ende hier so viele runterladen, wie man möchte. Oder so viel, wie die eigene Festplatte an Platz bietet. Und entsprechend dann damit am Schluss arbeiten. Gut. Ich warte mal ab, bis das der Download fertig ist. Und dann gucken wir mal, wie es denn damit aussieht. Und ich hole jetzt mal noch irgendwie so ein eher künstlerisches. Okay, vielleicht nicht das 6,5 GB. Das dauert zu lange. Ich hole noch irgendein anderes künstlerisches dabei. Dass wir gleich mal einen Vergleich machen können, was denn so wie aussieht. So, die Downloads sind jetzt hier abgeschlossen. Wir sehen hier die beiden Saved Tensor Dateien, die da rauskommen sollen. Und theoretisch müssten wir damit jetzt arbeiten können. Dazu klicken wir einmal hier oben auf diesen Button, wo eigentlich ein Refresh-Symbol sein sollte. Und ja, jetzt sind sie ja auch zur Auswahl. Also machen wir mal dasselbe, was wir eben hatten, als diesen Epic Photogasm hier. Versuchen wir mal damit was zu generieren. Selbe Einstellungen. Ihr habt ja eben gesehen, was hier rauskam. Hund fehlt, aber prinzipiell, wir haben einen Menschen im Park. Und wenn wir jetzt hier drauf gucken, der sieht halt schon deutlich besser aus. Geht schon fast in Richtung von einem Foto. Gesicht ist ein bisschen seltsam. Hände sind das Hände? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Wenn wir jetzt das Ganze mit dem anderen machen, der ja eher auf so Anime-Zeugs trainiert wurde, dann sieht das Ganze hier so aus. Offensichtlich eher in dem Style. Ja. Jetzt haben wir aber schon gesehen, diese ganzen Sachen hier, die wir gezeigt haben, die sind nicht so dolle. Und da kommt es dann darauf an, was man damit macht. Das Erste wäre, wir können Prompt Engineering machen, heißt das Ganze. Das ist teilweise ein kompletter Job. Im Prinzip ist das hier die Beschreibung verbessern. Jetzt hier mal was generieren. Dann sieht das Ganze ja hier so aus. Das geht eigentlich schon. Könnte man jetzt zum Beispiel noch sagen, Dog on Leash. Wenn man da entsprechend eine Leine dabei haben will. Man könnte sagen, Lake in Background. Wenn man im Hintergrund noch irgendwie ein See haben will. Und so entsprechend dann immer weiter beschreiben. Ausprobieren, ob das Ganze denn ungefähr das ist. Was man auch machen kann, es gibt Weights. Das heißt also, man kann Dinge wichtig und unwichtig machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen ein Squirrel. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Dann machen wir 1,8er auf das Squirrel. Und jetzt müsste da auch alles explodieren, wie wir sehen. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Das hier ist moderne Kunst und kann, denke ich, weg. Muss man halt immer sehr vorsichtig sein. Jetzt seht ihr, ich probiere jetzt hier die ganze Zeit aus. Das muss man natürlich nicht machen. Sondern wir gehen einfach mal hin und setzen hier den Batch Count auf 8. Pardon, 9 hätte es sein sollen. Äh, knapp daneben. Ist auch vorbei. Und was er jetzt macht, ist, er braucht zwar ein bisschen länger, aber er generiert uns direkt mit den Settings 9 unterschiedliche Bilder. Mit unterschiedlichen Seeds, üblicherweise, soweit ich das verstehe. Und aus denen können wir dann so ein bisschen auswählen, was denn das zeigt, was wir haben wollen. Im Moment stört mich zum Beispiel hier die ganze Zeit, dass da mehrere Leute sind. Aber wir können jetzt ja hier durchgehen, draufklicken mit den Pfeiltasten und gucken, was ist denn das, was für uns interessant ist. Das hier, das sieht schon relativ gut aus, aber die Leine ist seltsam. Das hier, naja, von hinten, von Westen. Okay, der Mann ist ein halber Hund. Und, äh, interessante Stuhlwahl. Ja, ne, KI ist halt sehr viel, äh, Raten von wie soll das aussehen. So, was ich jetzt mache, ist noch hier from behind. Na, das geht auch schon in die richtige Richtung. Wobei es mich gerade wundert, ich habe eigentlich gesagt, er soll nicht von hinten was ganz zeigen. Sagt ihr schon, dass so Prompt Engineering im Zweifelsfall ein kompletter Job ist. Ich denke, meine Bilder zeigen, warum. Wobei, äh, das hier geht eigentlich. Sagen wir mal, wir wollen das hier jetzt benutzen. Jetzt haben wir noch zwei Punkte, die für uns nicht so dolle sind. Zum einen, ich hatte ja hier das Upscale ausgemacht. Das heißt, das Bild hier, was wir hier sehen, das einfach mal öffnen, das ist 512x512. Vielleicht nicht das, was wir haben möchten. Und das Zweite ist, hier sind immer noch Fehler drin. Das können wir aber ein bisschen ausgleichen, denn das, was ich jetzt hier gemacht habe mit den Bildern, ist einfach nur mal die sogenannte Composition raussuchen. Das heißt also, was möchte ich wie ungefähr auf dem Bild haben. Das heißt nicht, dass es perfekt ist, aber dass es in die richtige Richtung geht. Was wir jetzt nämlich machen können, das ist hier der zweitletzte von diesen Dingern. Das ist irgendetwas mit dem In-Paint-Tab. Wenn wir da draufklicken, sieht das hier so aus. Hier eine Info-Star-Drawing und haben etwas, wo wir malen können. Und jetzt können wir malen, was wir denn verändern wollen. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen hier den Bereich haben und wollen diesen Kopf ein bisschen vom Hund austauschen. Dann gehen wir hier hin, sagen hier oben die Prompts mal weg und machen Head of a Dog. So, jetzt gibt es aber wieder neue Settings, die wir beachten müssen. Das erste hier unten ist, was wollen wir machen? Wollen wir den Bereich, den wir bemalt haben, ändern oder wollen wir den Bereich, der nicht gemalt wurde, ändern? In dem Fall hier wollen wir da wo gemalt ist, ändern, also das hier. Und dann, was möchten wir tun? Im Prinzip für uns in Relevanz sind nur zwei Sachen, und zwar Original oder Latent Noise. Original heißt, wir wollen das, was hier ist, ungefähr so, aber anders haben. Latent Noise hingegen heißt, ja, hier ist eine Fläche, mach da mal was, was dem Prompt entspricht. Muss mit dem Rest vom Bild nichts zu tun haben, mach mal. Ja, das nächste ist, was wollen wir generieren? Das komplette Bild neu generieren oder nur den gemasketen Bereich hier, also den bemalten Bereich neu generieren? Das letzte geht natürlich schneller. Wir können ja auch eine andere Sampling-Methode wählen. Eben hatte ich ja, glaube ich, sogar den Euler eingestellt. Jetzt gehen wir hier auf Karas, weil der ist ein bisschen besser. Können wieder die Größe definieren. Das ist, ja, kann im Prinzip gleich bleiben. Was ich jetzt hier mache ist, Moment, wo war mein Batch-Count? Den stellen wir wieder auf 9 und generieren wir mal. Jetzt müssten hier auch wieder Vorschaubilder kommen und zwar sehen wir jetzt nur den Kopf vom Hund. Das hier sieht schon mal nach einem Kopf vom Hund aus, ja. Ist wie üblich hier im Zweifelsfall etwas, wo man häufiger rumprobieren muss, was man denn haben will, denn das, was hier teilweise generiert wird, ist abenteuerlich. Aber am Schluss kriegen wir halt jetzt die Bilder mit dem ausgetauschten Hundekopf. In dem Fall hier, mäßig gut. Der zweite würde ich sagen, geht in die richtige Richtung. Ja, ja. Der zweite ist jetzt aktuell der beste. Im Zweifelsfall würde man es natürlich noch weiter probieren, versuchen, das Fell ein bisschen zu matchen. Im Zweifelsfall den Prompt nochmal anzupassen, aber gut, sagen wir mal, das hier ist okay, das wollen wir so haben. Was wir jetzt machen können, ist wieder das auf InPaint schicken. Und jetzt können wir hier das Clearen, was wir hatten, können was anderes machen, was wir haben wollen. Was wollen wir denn noch? Sagen wir, wir wollen hier ändern und wollen jetzt hier noch ein Boot drauf zaubern. Rest lassen wir mal. Müsste eigentlich noch soweit passen. Und tada, da werden Dinge generiert. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen mehr gemalt. Das ist einfach, dass es ein bisschen mehr Referenz hat, dass das auch zum Rest vom Bild so halbwegs passt. Sehen wir hier bei den letzten zum Beispiel, das passt nicht wirklich hier mit den Bäumen im Hintergrund. Also kann man sich da halt durchprobieren. Das hier passt doch schon wunderschön. Das sieht sehr gut aus. Hier ist ein komplettes Flussdelta entstanden. Ich denke, wir holen hier das Boot. Das sieht sehr gut aus. Wunderschön. Können wir jetzt so machen. Aber der Kopf vom Hund, der gefällt mir immer noch nicht. Das probieren wir jetzt nochmal nachzuarbeiten. Also wieder rüber, wieder anmalen. Und dann zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Machen wir gerade hier ein bisschen größer. Einfacher zu malen. Und zwar haben wir jetzt wieder Head of a Dog. Und was wir hier nämlich noch haben, das ist die Denoistening-String. Die steht jetzt hier die ganze Zeit auf 0,75. Dieser Wert, das heißt, wie kreativ soll er jetzt werden bei der Änderung? Das heißt also, wenn wir das Ding hinten gegendrehen, dann generiert er euch was auch immer. Wenn wir den ganz runterstellen, dann macht er gar nichts. Dann behält er möglichst viel vom Original. In dem Fall alles. Ich möchte jetzt hier nicht viel ändern. Also sagen wir mal so 0,4. Ich will ein bisschen Änderungen beim Kopf vom Hund haben, aber so wirklich Abweichung will ich eigentlich nicht. Und das müsste sich jetzt auch spiegeln. Wenn wir 0,4 statt 0,75 benutzen. Der Kopf vom Hund dürfte jetzt sich nicht mehr so viel ändern. Keine Vorschau heute. Es kann manchmal vorkommen, dass keine Vorschau generiert wird. Die Bilder kommen am Schluss trotzdem raus. Und na ja, hat er gemacht. Aber wir haben gesehen, nicht viel Änderung. Wenn wir jetzt hier durchgehen. Es sind andere Hundeköpfe, ja. Aber es ist minimale Änderung. Einfach weil wir so wenig eingetragen haben, was er denn tun soll. Ne, wollen wir mal den hier. Passt. Und sagte ich, dass man jetzt hier auch Dinge mischen kann. Wir können jetzt zum Beispiel mal hier den Himmel anmalen. Und dann wechseln wir einfach mal das Modell. Und gehen einfach mal auf das Modell mit diesen Anime-Kreaturen. Und sagen, dass da ein Drache fliegen soll. So, machen wir mal ein bisschen höher hier. Weil der Drache ist neu. Den möchte man schon da rein haben. Soll den Rest aber, dass es ein Himmel ist, soll er vielleicht noch beibehalten. Da sehen wir schon unsere Drachen reinkommen. Diesmal im Anime-Style. Nicht mehr in diesem Fotorealistischen wie eben. Kann man mal gucken, ob hier was dabei ist, was mir gefällt. Das auf jeden Fall nicht. Das... Ne. Aber interessant war auch, was er aus dem Berg hier hinten gemacht hat. Da war ja... War original ein Berg da? Ich glaube, original war kein Berg da, oder? Nein, original gab es keinen Berg. Jetzt hat er plötzlich einen Berg dahin gezaubert. Teilweise halt schon relativ groß. Das ist halt künstlerische Freiheit und so. Das passt alles nicht. Das hier wäre cool, wenn es ganz drauf wäre. Der hier ist okay. Äh, ne. Ne. Gefällt mir noch nicht. Machen wir noch mal ein paar. Gucken mal, ob was Besseres rauskommt. Ansonsten prompt anpassen und so. Okay. Das gibt irgendwie so nichts. Er schneidet mir immer wieder den Drachen ab, weil er anscheinend mit der Form, die ich gemalt habe, nicht so viel anfangen kann. Dann klieren wir das mal. Machen hier hinten einen kleinen, viereckigen Bereich. Gucken, ob er damit mehr anfangen kann. Flattenfly through the sky. Yes, please. Generate. Das ist doch ein Drache. Der ist fast vollständig drauf. Und for the sake of ich will fertig werden, holen wir mal irgendwie hier einen. Der hier sieht ausreichend passend aus. Und dann können wir damit weiterspielen. So kann man halt immer weiter das Bild umbauen, verbessern, mit falschen Button klicken und sich sowas zusammenbauen. So, ich denke, ihr seht, wo drauf das hinausläuft. So, wenn man dann irgendwann fertig ist und denkt, das passt, dann haben wir hier ein schönes Bild. In 512 mal 512. Vielleicht nicht so ideal, ne? Dann gucken wir mal, ob wir das ein bisschen sinnvoller bekommen. Dazu holen wir den letzten Button. Send Image and Generation Parameters to the Extra Tab. Dann kommen wir hier hin. Gibt einen Resize. Scale for. Das heißt, es wird jetzt viermal so groß. Also, Mathematik 2048 mal 2048. Wir wollen eventuell noch den Upscaler wählen. Da, äh, ja, wie gesagt, ich bevorzuge hier sowas. Auch hier kann man wieder sagen, okay, Wechsel mittendrin und so weiter. Aber in den meisten Fällen reicht sowas. Kurz warten und zack. Jetzt haben wir hier, sollten wir hier haben. Na, na, da ist es doch. Das ganze Bild in deutlich größer. Wie wir sehen können, es wurden teilweise Dinge ergänzt, sodass die Details da bleiben. Das heißt, dass hinten die Explosionen, die sehen zum Beispiel, ja, okay aus. Das Gesicht hier, das hat es ein bisschen zerrissen. Aber, na, ihr kennt das Spielchen ja, oder? Wir können jederzeit hier wieder sagen, okay, wir gehen wieder in Paint und lassen dann hier nochmal Stellen nachgenerieren. Je nachdem, was wir da haben möchten. Näh, okay, ich kriege es gerade noch nicht sinnvoll hin. Aber man sieht halt, es ist auf jeden Fall schon mal anders geworden. Ich hätte wahrscheinlich die Maske ein bisschen größer ziehen müssen. Wie auch immer, am Ende kann man sich dann hier so wunderschön seine Bilder kreieren. Auch entsprechend in recht großer Auflösung, wie wir hier sehen können. Und so sich seine Dinge zusammen machen. Wie gesagt, hier gibt es noch tausend andere Regler, die man sehr viel drehen kann, um sehr viel schönere Bilder rauszubekommen. Aber das ja einfach nur so mal als Einstieg. Eins, was ich noch zeigen möchte, das ist die PNG-Info. Die kann manchmal hilfreich sein, wenn man da nämlich ein Bild reinlädt, auch ein gespeichertes, dann sieht man hier entsprechend zumindest einen Teil der Parameter, die genutzt wurde und kann entsprechend dann davon schon mal Rückschlüsse ziehen, was denn da genutzt wurde. Klappt nicht immer, klappt nur für die letzte der Änderungen und ist halt davon abhängig, dass der Autor das nicht rausgelöscht hat. Aber meistens, wenn es Leute sind, die nicht versuchen, da zu verschleiern, dass sie KI nutzen, kann man hiermit halt zumindest ein paar Sachen sehen. Ja, noch ein paar kleinere Sachen, die ich ansprechen wollte. Das eine, das wären die sogenannten Templates oder Styles. Die befinden sich hier hinten in der Liste. Das ist im Prinzip einfach nur eine Liste, eine Textdatei mit vorgefertigten Prompts in Positiv und Negativ, die automatisch zusätzlich zu dem, was ihr schreibt, angehangen werden. Das kann Sinn machen, dass man sich eine Liste holt, gibt verschiedene fertige oder man baut sie selber. Zum Beispiel könnte man als Negative Prompt immer reinmachen. Ich will keine Schwarz-Weiß-Bilder, ich will nichts, wo irgendwie eine URL-Einblendung in der Ecke ist oder ich will zum Beispiel nichts, wo ein Bilderrahmen drum ist, halt solche Sachen. Wie gesagt, gibt da teilweise fertige Listen, kann man im Internet finden. Die Datei selber, die heißt styles.csv und die wird einfach ins Hauptverzeichnis von diesem Stable Diffusion Web UI gelegt, was generiert wurde. Standardmäßig gibt es keine, muss man also was reinkopieren, wenn man es haben will. Und dann kann man, wie gesagt, hier reingehen, können wir einmal Reload machen und jetzt gibt es hier eine fertige Liste von Styles, die man machen kann. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt hier dieses Piratenschiff als Drawing haben. Dann sehen wir jetzt hier, er hat das Drawing hier rechts drin. Links wird nichts angezeigt, aber hier sehen wir jetzt, das Ganze ist jetzt als Drawing entsprechend reingemacht. Wenn wir draufklicken, gibt es auch irgendwo die Möglichkeit, das da auszulesen, was da alles drin steckt. Und hier so sieht das Ganze aus. Hier wird zum Beispiel gesagt, Background Noise, Dithering, Gradient und so weiter. Das soll er alles machen und das hier soll er halt nicht machen. Offensichtlich, wie schon gesagt, manchmal klappt es nicht so sauber. Text soll eigentlich nicht drauf sein. Das hier oben links. Ich glaube, das war mal Text. Andere Dinge, die noch interessant sein können. Das eine wären Loras. Und hier sehen wir schon, bitte in den Ordner hier legen. Lora, das ist im Prinzip eine Art von Mini-Modell. Hier oben das, das sind ja komplett trainierte neuronale Netzwerke, die können aufeinander aufbauen, aber prinzipiell sind es halt vollwertige Dinger. Eine Lora, das ist etwas, was einfach ein bestehendes Modell nimmt. Sagen wir zum Beispiel das Fotogasm hier. und das wird dann so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst. So, Loras, die findet man auch zum Beispiel hier bei Civit AI. Hier oben in der Ecke sehen wir zum Beispiel, das sind Loras. Und im Prinzip funktioniert es so ähnlich wie die Styles, die wir gerade gesehen haben. Man kann dann hingehen und kann sagen, hier, du sollst aber mehr so im Cyber-Style sein. Nur, dass es halt an einer anderen Stelle in diesem Ablauf passiert und dann da drüber läuft. Und last but not least noch etwas anderes, nämlich die sogenannten VAEs. Wir hatten ja eben hier bei diesem einen Modell gesehen, das empfiehlt, dass man eine VAE benutzt. Diese VAEs, das ist wieder etwas, ach, das war direkt ein Download, okay, das ist wieder etwas, was das Bild beeinflusst, ohne das Modell direkt selber anzupacken. Und zwar geht eine VAE hin, lässt das Bild erstmal fertig generieren und holt dann das fertige Bild und macht damit Dinge. In den meisten Fällen wird es dafür benutzt, um irgendwelchen Unfug aus Bildern, der übrig geblieben ist, wieder rauszuholen. Also sowas wie, dass auf einmal irgendwie fünf Füße da sind, so nach dem Motto, oder dass irgendwelches seltsames Rauschen da ist. Das wird versucht, damit in den meisten Fällen wegzumachen. Muss man ein bisschen gucken. Manche Modelle empfehlen eins. Da ist es dann natürlich dringend angeraten, sowas zu benutzen. Ansonsten ist es wie immer künstlerische Freiheit. Sowohl LORAS als auch VAEs wie üblich hier in diesem Ordner. Und zwar Stable Diffusion, dann Models. Und wir hatten am Anfang ja schon die Stable Diffusion Models reinkopiert. Die LORAS gehören in den Ordner LORA und die VAEs, Überraschung, in den Ordner VAE. Da kann man die reinkopieren. Und dann hat man auch die im Zugriff. Wenn es ums Benutzen geht, LORAS kann man einfach hier auswählen und hinzufügen. Das ist dann im Prinzip wie ein zusätzlicher Prompt am Schluss. Und die VAEs, das ist ein bisschen komplizierter. Da geht man nämlich auf Settings, geht dann links in der Liste auf VAE und hier ist standardmäßig ausgewählt Automatic. Automatic heißt, dass er automatisch passend zum Modell die richtige VAE wählt. Klappt nicht immer. Im Zweifelsfall geht man also hier rein und stellt das richtige VAE ein. Dann hat man es auch passend drin. Was man hier im Übrigen auch noch machen kann, das sind zum einen Extensions installieren. Wenn man die Oberfläche hier ein bisschen erweitern möchte, gibt es ein paar schöne, wie zum Beispiel so zoomen beim Inpaint oder sowas. Kann man hier entsprechend eine Liste laden und dann durchgehen. Und was man auch machen kann, hier unter User Interface, genau, da ist es doch. Da kann man hier oben bei den Quick Settings noch Dinge rein machen, zum Beispiel, ich glaube die VAEs waren hier auch drin. Lasst mal schauen, ob ich sie finde. Genau, SD VAE kann man jetzt hier anhaken. Dann Apply, Reload UI und ja, wenn er dann neu geladen hat, hat man jetzt diese eine Setting hier oben direkt drin und kann direkt hier wählen. So kann man sich zusammenstellen, wenn man da irgendwelche Sachen schneller in Zugriff haben möchte. Last but not least noch eine letzte Sache und das ist der Command Prompt. Denn wir hatten die ganze Zeit ja einfach hier gesagt Bash Web UI es gibt da noch Optionen, die manchmal helfen könnten. Die kann man mit minus minus help aufrufen. Ich denke, die wichtigste, das sind die VRAM Optionen. Da gibt es nämlich MAT VRAM und Low VRAM. Damit kann man sagen, hier benutzt bitte weniger RAM auf meiner Grafikkarte. Das ist insbesondere bei Grafikkarten, die nicht so viel Speicher haben, schon mal hilfreich, um das Ganze ans Laufen zu kriegen. Dauert dann natürlich entsprechend länger, weil er mehr hin und her muss, aber kann halt dazu führen, dass etwas, was eigentlich auf der Grafikkarte nicht laufen kann, dann trotzdem noch nutzbar ist. Ein paar andere Dinge, die eventuell helfen können, sind zum einen die X-Formers. Die kann man anschalten, dann sollte es theoretisch schneller gehen, aber manchmal gehen Modelle davon kaputt. Und was auch manchmal hilft, sind Sachen wie No-Half, No-Half, VAE. Die werden teilweise benötigt, weil sonst manche Modelle nicht laufen. Müsste halt immer mal gucken, wenn ihr das Laufen habt und etwas geht schief, was es so an Fehlermeldungen hier drin gibt. Meistens steht dann drin, hier probiere mal das aus an Kommandozeilen, Parametern. Und ja, so kann man sich da ein bisschen behelfen, wenn Dinge nicht funktionieren oder der Rechner zu schwach ist. Ja, am Ende, dieser ganze KI-Kram hier, das ist natürlich nur ein Werkzeug. Das kann man gut einsetzen, das kann man schlecht einsetzen. Aber am Ende muss man sagen, die Büchse der Pandora ist offen und die geht auch nicht wieder zu, wenn man sich irgendwie die Finger in die Ohren steckt und lalala singt. Man sollte im Hinterkopf behalten, die kann man benutzen, die muss man nicht benutzen. Es kann an manchen Stellen Sinn machen, an anderen sollte man es vielleicht besser sein lassen. Ich hoffe, das haben Leute schon bei dem letzten Hype mit Blockchains gemerkt. Trotzdem ist es gut, wenn man weiß, welche Möglichkeiten man damit hat, was man eventuell da machen kann und was natürlich auch andere damit machen können. Denn, naja, Werkzeuge kann man sinnvoll benutzen und vielleicht nicht so sinnvoll. Ich meine, wenn es darum geht, irgendwie Artikelbilder zu generieren, ja, manchmal ist es vielleicht einfacher, da irgendwie eine Kamera sich gerade zu schnappen. Aber bei einigen Themen, keine Ahnung, ich glaube, da wird es dann schon eher schwieriger, die Bilder halt real zu machen. Genauso kann man es natürlich benutzen, wenn man sich selber irgendwie Kunst generieren möchte. Wobei man da bitte auch immer dabei sagen sollte und klar machen sollte, dass es KI-generierte Bilder sind. Da gibt es noch sehr viel, wo sich die Gesellschaft noch nicht so wirklich einig ist, wie man damit umgehen kann. Weil, naja, einerseits, ja, das hier sieht cool aus und gefällt mir auch so ein bisschen. Andererseits, naja, man nimmt den Künstlern die Arbeit weg und es ist auch nicht so ganz klar, diese KIs werden ja auf andere Leute Material trainiert. Das heißt also, naja, man klaut im Prinzip auch so ein bisschen. Auf der anderen Seite könnte man für sich argumentieren, naja, jeder Künstler, der was malt, der hat halt auch sich irgendwo seine Inspiration bei anderen Leuten geholt. ist also noch ein großes Feld, was wir da haben. Aber, wie gesagt, das Ganze ist ein Werkzeug, das kann auch missbraucht werden. Eine KI ist dumm, die versucht einfach nur das zu tun, was ihr ihr sagt und, ja, vermutet dann einfach und hallaziniert rum, wie das aussehen könnte. Und da kommen dann teilweise Dinge raus, die sind nicht appetitlich, um es mal so rum zu sagen. Ich erspare euch jetzt mal dieses Bild, was hier zwischendrin irgendwie mal rausgeputzelt ist, weil was falsch verstanden wurde. Wenn man nicht regelmäßig mit nicht mehr lebenden Wesen zu tun hat, dann verdirbt das doch so ein bisschen Appetit. Und natürlich auch an anderer Stelle kann das halt gefährlich werden, denn, ne, ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser nette Herr hier das Video gemacht hat oder der hier oder der hier. Ne, der ist nicht nett. Oder diese Person, diese Person oder diese Person. Ja, man kann halt auch in realen Situationen Dinge austauschen und auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht direkt auf, dass man da mit gefälschten Sachen zu tun hat. Und das sollte man halt auch immer, wenn man im Internet und so unterwegs ist, beachten. Nicht alles, was man sieht, ist auch real passiert. Da ist eine Menge Zeug, was halt leider KI generiert wird, absichtlich oder unabsichtlich und am Schluss dann nicht gekennzeichnet ist. So oder so, ich hoffe, ihr habt jetzt einen groben Einblick, wie ihr auch bei euch selber so eine KI-Image-Generierungsgedönse hier aufsetzen könnt. Könnt man ein bisschen mit rumspielen, selber probieren, was gibt es denn da für Möglichkeiten, was kann es, was kann da schief gehen und da hoffentlich ein bisschen lernen, wie wir denn damit umgehen. Denn wie gesagt, die Büchse ist offen, die geht nicht weg. Also Rechner suchen, Skript drauf machen und mit ein bisschen Glück tut es am Ende, was es soll.